Jo Leute und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Ja, bei mir ist es wieder ein bisschen her, wo ich zuletzt gezeigt habe Das letzte Mal haben wir... Keine Ahnung mehr... Keine Ahnung wer... Oh Gott, sprechen wir schwer Keine Ahnung mehr, wem getötet Ein Attentat gemacht, die jetzt die Aufgabe war... Mit dem Büroleiter in Actum reden, okay, dann müssen wir hier wieder raus Das heißt, es ist wieder frei zu gehen Und die Steuern schon wieder voll verlernt Läuft Was gab es hier eigentlich noch? Ich habe hier nie ganz komplett geguckt, wollte ich mal machen Ups Was ich nicht schon gesehen hätte Jetzt legt das Sound auch eher so ein bisschen, naja Was soll's Ach guck mal Ich war im letzten Mal schon neul, genau, aber nein Hm Hm Vier Stückchen noch So Hm 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 Nope Nope Ups Jemand soll den aufhalten, bevor er sich verletzt Nein Ich will mich ja verletzen Ich verstehe nicht, was er damit er hat Wett wegen ja Hallo Kaine Nach Actum Sollte man die falsche Markierung mitmachen Hallo Hallo KF aufs Auge packt War zu schnell aber Naja egal, was passiert So dann wollen wir mal Was ist das Achso Aha Ich habe sie weg gerammt, deswegen Na dann Läuft doch Mal gucken, ob wirklich auch alles läuft Ja Hm Wird ein bisschen blöd, wenn ich einfach so Labern würde und dass das läuft Wollen wir mal hoch hier Nehmen wir die Abkürzung Tschüss Na vor allem, dass wir immer hier landen Und dann wieder den ganzen Weg woanders hin müssen Naja, aber wenigstens Müssen wir nicht zurückreisen, sondern mach das jetzt automatisch Du 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 Mein Mist ist grad ein bisschen leiser Hallo Nehmen wir das Pferd So Ich mach das mal kurz ein klein bisschen lauter Moment Wenn ich meine Maus bewege Und sich das Spiel eben immer noch bewegt hat Okay, das sollte passen Sonst mach ich das Spiel halt nochmal lauter Ach komm ich reit die einfach alle um Egal Was soll's Beim letzten mal habe ich auch aus Versehen einen getötet Egal Passiert Ja einen aus Versehen und die anderen habe ich extra getötet Was soll ich das denn machen Achso Da ist sie schon Warum muss ich bei den anderen so weit laufen oder reiten und dafür schon so nah dran Na toll Was soll's Ich vergesse immer das mal mit den Tasten auflenken kann Ach ne Ich werde jetzt sagen Ich werde jetzt sagen Ich werde jetzt weiter Benutzen sie die Actionsicht um Informationen über ihre Umgebung zu erhalten Naja Was sagt die Karte Ähm Hm Ich sehe nicht gar nicht wo wir hin müssen Du kannst sie auch gar nicht verschieben oder das ist doch Wir müssen aber relativ weit Den habe ich noch nicht, den habe ich noch nicht Können wir ja relativ sehen Ok Alle tot Spring mal ab Mal ein Templar hier irgendwo Na 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 gut aufgedeckt hat man das ja schon Warte mal Wenn ich so guck Na gut das Ja Warte mal eigentlich Ok das ist hier unten irgendwo Na hier unten Da müssen wir hin Können wir einfach da hinbleiben Ok Autsch Na komm Dafür sollte ich euch töten Ach lauer nicht Oh Ja immer diese falschen Knöpfe Der flieht doch vor Nein ich fliehe nicht Also so ruhig Können die wieder töten Ah ne lass mich Nerven wir Wir müssen hier lang So So Was Ne auf den torm war ich wahrscheinlich noch nicht drauf Seh mal was uns die dann hier hat Hm Guck mal, Föger. Hallo. Boah, was wollen die von mir? Los, sterb. Sagst du. Sterb. Vergiss es. Es geht einigermaßen besser schon. Na? Aha, damit hat er nicht gerechnet. Er auch nicht. Er auch nicht. Genauso wie er nicht. Naja, gut. Er hat mich jetzt gepackt. Autsch. Sterb. Du auch noch? Ach komm, lass mich. Wie? Zack, Gesicht. Ah fuck, ich bin gleich tot. Nee, nicht. Oh krass. Autsch. Scheiße. Sorry. Ach toll. Bin ich gestorben. Mist. Noch male? Nö, lass mal. Wollen wir aufsteigen? Ach komm. Immer alle. Ach komm. Ich wollte die nicht. Ich will die alle umbunkeln. Und abhauen. Töck, 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 töck. Töck, 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 töck. Ja, die kommt. Hups. Ich habe auszusehen das Pferd geschlagen. steig auf, hey das arme Pferd, seid ihr das verhandelt? mal auf dem Pferd probieren schnappt ihn, schnappt ihn, das arme Pferd schnappt ihn, schnappt ihn, schnappt ihn, schnappt ihn. Ich sterb. Okay. Klappt doch. Hallo. Na. Na węzku wóź. Tod dem Assassinen! Du gehörst mir! Nein! Autsch! Okay, ich müsste mal Waffen wechseln, ne? Wow! Oh! Stär! Okay! Hallo! Stirb! War hier nicht! Gott, packt er da eben rum! Das ist ja hinterher! Hallo! Guck mal! Was haben wir denn da? Okay, wieder runter! Aber 100 ist so übertrieben, ne? Oh, da können die noch Stunden dran sitzen! Ja! Ja, nur die Gegen der Kunden! Dass ich das auch noch dazu krieg! So! Oh, boom! So! Wir konnten nicht mehr verstehen! Okay! Wo sollen wir denn hin? Oh! Da hinten! Okay! Dann nehmen wir den nächsten da! Hui! Dann nehmen wir das nächste Feld hier! So! Wir müssen dann hier! Ich renn einfach mal um! Autsch! Nein! Siehst du denn nicht, dass du schon verloren hast? Zack! Fack! Fack! Oh, ich bin gleich tot! die schritt attacken muss ich auch mal machen das vergesse ich ich muss die schritt attacken noch mal machen weil dann treffe hier muss ich auch noch lernen ok was ist hier geschehen also nicht da kann ich dir nicht sagen was geschehen ist ja ne richtig furchtbar okay wow kam der in hier mit einem Sterb. WTF? Das ist auch nervig, wenn die mit einem Rauchtauchen. Ups. Tschüss. Da hat nichts gemachtes, oder? Komisch. Manchmal echt komisch. Ne, da komm ich nicht. Ist das ein Templar? Tut der mir eigentlich was, wenn ich normal ran will? Warte mal mehr. Warte mal. Wir machen das auch. Reinlassen. Machen wir das so. Mal von hinten anschleichen. Ups. Falsch. Das dauert ein bisschen länger, aber egal. So überrumpeln wir den Templar. Ja, ja. Das Pferd kommt mir auch noch hinterher, ey. Na? Habe ich dich. Das Pferd ist so doof, ey. Warum rennt es mir da hinterher? Ja. Ja. Checkpoint. Yeah. Die sind auch böse, ne? Stimmt. Hallo. Hallo. Autsch. Alle haben mich vorunter geschossen. Alle haben mich vorunter geschossen. Da sind noch so nix. Lagen. Ist mir egal. Na? Na? Autsch. Na? So weg. Das Pferd ist weg. Na toll. Was die Frage ist, was der Tor macht da? Okay, alles gut. So. Na ja. Ich strecke dich nieder. Sterb. Mach ich nicht. Hier geblieben. Scheiße. Ich sag. Tja. Du wolltest doch Hilfe rufen, oder? Da sagt man dann so schön. Gehst du jetzt. Du wirst. Du wirst. Höh. Du wirst. Du wirst. Ich schaue. Du wirst. Ja. Du wirst. Bis zum nächsten Mal.